ja macht erstmal den kack kaputt vielleicht hilft das ja was aber man sieht hier ohne diese strahlenkanonen sind sie ziemlich schwach ohne das laser upgrade da hoch und bloß nicht wieder zu weit links laufen ich mache jetzt auch öfter mal zwischen zack das ist falsch gewesen wie nennen wir das genau das wollte ich ich kann ja keine doppel ich kann sie doppelt benennen aber dann habe ich überhaupt keinen überblick mehr oder ich hätte noch einen weiteren unterstrich 2 machen kann aber interessiert er keinen so soll ich erst mal jetzt hier hoch gehen und das mit der machen erwarten befehle kommt dann noch welche raus bitte ach das habe ich doch doch brauche ich doch gar nicht ich brauche das geld für panzer ach da sind sie schon oder was wo ist meine kommando wer hat das getötet ich brauche diesen kommando ich brauche diesen kommando diese scheiß scharfschützen warum haben sie es diesmal geschafft sonst haben sie es nie geschafft jetzt muss ich das schnell abbrechen sie kommt mit da bist du dieses mal muss es schaffen jetzt will ich zumindest sehen warum sie es nicht schaffen würde sie kommt ja direkt hoch oder fast jetzt sehe ich das zumindest und vielleicht ist das der grund warum sie sonst immer geschafft hat zu überleben weil ich dann mit meinen ganzen shadows als kugelfutter dabei war ziel bestätigt bau unterbrochen abgebrochen zack zack ingenieur brauche ich noch oder ausbildung feindliche einheiten in sicht ingenieur wäre schon schlecht dann klar dann gehen wir jetzt mal mit allen dahin machen das gemeinsam feindliche basis in sicht hoch da was los diese scheiß alien sind auch schon wieder da auf die komm schon und sind sie schon auf dem bauhof nein noch nicht so die sind schon weit gekommen glaube ich könnte eng werden 3 und dann nochmal so ich verwirr mich immer mehr jetzt muss ich nur noch schaffen hier aufzuräumen kann doch nicht so schwer sein was da denn jetzt noch los ach so da ist noch so ein ding aber das erstmal nicht so wichtig jetzt ist es wichtig mein ingenieur mein ingenieur da ist er das ist nur infanterietrupp der ist ja nicht so schlimm so wenn jetzt die aliens nochmal kommen machen sie mir vielleicht noch hier das rick weg und diesen turm und dann hole ich mir das zack oh aha ach mist das ist die ganze zeit schon ne da kümmer ich mich erstmal drum das ist vielleicht nicht so praktisch nachladen ziemlich unpraktisch sogar ja komm geh einfach hoch du hast uns keine chance wo ist mein ingenieur da dich brauche ich gleich du bist wichtig du bist gerade der wichtigste mann auf dem Feld dann speichern wir nochmal wann kommen sie denn jetzt jetzt lassen sie sich Zeit nein lassen sie nicht hätte ich bloß nichts gesagt warum sage ich überhaupt was hätte ich jetzt die Luftverteidigung stehen lassen dann wäre es doch viel cooler gewesen und meine sind so beschädigt jetzt kommen sie erst zu mir das ist nicht so toll du musst hier unbeschadet durchkommen warum greift ihr mich jetzt aus der Luft an das ist fies ähm uh schnell hin ganz schnell hin lass den los in Ruhe gerade auf den gehen toll nein ihr Säcke warum kommt der jetzt aus der Luft wo ich keine Chance habe mich zu verteidigen ist das fies guckt euch an was sie jetzt mit mir machen und auf ihn gehen sie auch ja super dann muss ich das so machen irgendwie muss ich das schaffen und da sind sie scharfschützen wenn sie noch wegkriegt und jetzt noch das Rick so und die schicke ich jetzt erst mal hier hin mal gucken bisher sind sie immer gut durchgekommen was auch witzig ist über die ganze Karte da so gut durchzukommen das muss noch weg das Rick muss weg nicht viel übrig geblieben von meiner Kampftruppe das sind auch welche dann bauen wir noch eine Raffinerie nebenbei weil das ja auch nicht unwichtig ist und nehmen uns hoffentlich noch Geld mit krank aber auch noch Geld und jetzt gehen sie auf den Bauhof ich muss schnell genug sein bevor sie jetzt wieder mit einer Angriffwelle kommen kommt schon kann der eine noch irgendwas anderes einnehmen das hier wehe jetzt sind hier wieder irgendwo fiese fiese scharfschützen dann drehe ich durch ich muss es jetzt endlich schaffen so gut war ich noch nie diese Ausgangsposition war noch nie so gut ähm das kann ich sogar gebrauchen aber ich glaube das hält sich lange durch danke 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 so hier runter er kann ja nicht direkt gehen so der Rest interessiert mich hier gar nicht ich will einfach nur zurück Ziel bestätigt das war ein bisschen Tiberium aber das ist so wenig kommen die jetzt überhaupt noch hierher die Aliens hoffentlich nicht endlich klappt es mal es war schwer auf jeden Fall Forschungslabor Nord natürlich aber GDI ich habe keine Kraftwerk von GDI fällt mir mal so auf gerade könnte ich ja einnehmen zack dann kann ich noch Mammutbau nebenbei erst dann brauche ich Sammler zack das kann ich jetzt aufrüsten das hier aber nicht brauche ich echt ein Nordforschungslabor lasst bloß meinen MBF in Ruhe das muss überleben aber krass wie sogar noch ein paar Einheiten überlebt haben hätte ich nicht so ganz mit gerechnet der darf auf jeden Fall nicht sterben ähm wo schicke ich ihn hin ganz nach rechts unten da fehlt nämlich noch total der Bauhof würde ich mal sagen nein der darf nicht sterben warum ich warum ist er so effektiv gegen den Mensch nein was kommt denn da einheit wird angekündigt wenn die jetzt den kaputt machen das wäre so Ironie alter Falter wenn ich da jetzt nicht zur Basis zurückkomme das wäre schon heftig ach jetzt ist es ja noch hier so stellen wir die mal hier hin die Luftwaffenbasis wurde vernichtet gehen wir mal ganz sachte zurück gucken wir mal diesmal schaffen zack bei Sammler naja hab ich gesagt hier war noch was ja ähm dann hier sind sie schon wenn er nicht so langsam wäre ja aber das könnte alles das könnte das Problem sein das große Problem wenn ich die jetzt einfach hier hinschicke die Saboteure kamen ja auch immer durch aber die sind glaube ich auch unsicher bleib doch nicht stehen die haben keine Zeit ei 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 ein Fall für uns komm Luft anfordern Luftposs anfordern er ist viel zu schwer dafür leider oh nein oh nein wie soll ich ausweichen hier oben vielleicht sehen sie mich dann nicht ach die kommen jetzt zu mir oder was das wäre witzig ach weil da ein paar durchlaufen schnell in den Kreis rein ja wir sind bereit ja was machen sie bleiben sie stehen kommen sie her ich speichere mal noch einmal mehr reicht mir jetzt äh nein ich hab sie schon irgendwo so benannt unten bei GDI not das gab's noch nicht wieso ist jetzt alles wieder duckel geworden nur wegen dem speichern diesmal kommt er durch oder was cool ich hab mich hätte die einfach ablenken sollen perfekt was zählt ist das ergebnis und bloß keine angst haben was machen wir jetzt noch was machen wir jetzt noch was machen wir jetzt noch habe ich die ganze Sammler gebaut toll er ist wieder da wieder angegriffen aber egal ob er kommt zurück sollte er diesmal schaffen so lange ich jetzt noch das habe kann ich vielleicht das noch bauen das bleibt ja auch erhalten selbst wenn es dann zerstört würde was möglicherweise noch passiert ähm Sammler da habe ich einige gebaut vielleicht wissen viele die tun auch irgendwie gar nix dann schicke ich die mal so hin und ihn dahin die machen endlich mal den schreit kaputt das nervt langsam wieso ist er wieder voll komisch gut egal bauen wir ihn auf er kann sich ja nicht aufbauen und wir sind eben dahin danke es hört jetzt endlich auf sammeln nicht gucken sammeln da auch noch ein Juggernauts werde ich glaube ich nie bauen ich habe eh nur noch eine Mission nach dieser und dann gibt es noch das Add-on ich hätte gerne da so eine richtige zweite Basis mit einem Bauhof so ist das jetzt hier nur so ein bisschen Geldbeschaffungsbasis und Energiebesorgung warum brauche ich zwei Kasernen ich lasse einfach mal stehen es gäbe eh nicht viel es gäbe nicht mal 250 Credits weil es schon angeschlagen ist normalerweise gibt es dann weniger Geld wenn sie schon halb kaputt ist wo willst du hin ich habe vergessen dass ich das so gemacht habe komm schon dann sind meine Mammuts unschlagbar kennen wir ja aus der GDI Kampagne oh mein Shadows sind auch nicht mehr viele übrig geblieben yeah ein zweiter bringt es voll jetzt kann ich aber reparieren könnte ich ihn wenn er es bräuchte aber scheinbar ist er repariert worden als er hier durch die Waffenfabriken vorbeigefahren ist ja jetzt müssen wir überlegen jetzt haben wir Wailguns und jetzt haben wir ganz viel Geld hier sollten wir ein bisschen was bauen wo die machen mich jetzt noch fertig wo fährt er denn hin ach ich glaube ich habe den hierhin geschickt soll er ruhig da sammeln dann geht hier das nicht so schnell leer das gefällt mir das sind sehr viele Sammler die mir jetzt ganz viel Geld geben dann kann ich gleich hier vielleicht noch die Raffinerie einnehmen dann baue ich noch eine Waffenfabrik für den Notfall an dieser Stelle denn wenn wir es genauer betrachtet alle meine Ziele sind hier auf der rechten Seite also hat es schon seinen Sinn dann hier was zu bauen ich hatte mal über 30 Shadow Teams jetzt sind dann noch 3 hier und 5 hier ruhig geblieben die sich nicht wirklich am Kampf beteiligt haben und auch nochmal 5 und 5 Links Vielen Dank.